Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Waschbeckenunterschränke. Das High-End-Produkt in unserem Waschbeckenunterschrank-Test geht an den WECO Waschbeckenunterschrank. Durch die leicht zu reinigende Melamin beschichtete Oberfläche ist der 80cm Waschtischunterschrank Ilias ideal für Ihr Bad. Der große Waschtischunterschrank bietet zwei praktische Schubladen zur Aufbewahrung verschiedenster Utensilien. Die Gesamtmasse betragen 60,8 x 80 x 3 und 30cm. Im Lieferumfang enthalten sind der Waschtischunterschrank 80cm, eine bebilderte Montageanleitung und das benötigte Montagematerial. Der Waschtischunterschrank Ilias ist in fünf unterschiedlichen Dekoren erhältlich. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Däuber Waschbeckenunterschrank. Der Waschbeckenunterschrank Neapel von Däuber im zeitlosen Design überzeugt durch jede Menge Stauraum und bereichert jedes Badezimmer eine zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeit. Durch seine perfekt gelöste Aufteilung bietet der Waschtisch mit drei leichtgängigen Schubladen und einem großen Aufbewahrungsfach mit für jede Menge Platz für all Ihre Bad- und Putzutensilien. Der Waschtisch ist aus beschichtetem MDF gefertigt in elegantem Matt-Weiß und mit Griffen in Metalloptik ausgestattet. Das Material ist äußerst strapazierfähig und pflegeleicht, einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Durch seine elegante Einfachheit lässt sich der Badschrank auch hervorragend in Ihre bereits vorhandene Badezimmereinrichtung integrieren. Oder kombinieren Sie ihn mit unseren passenden anderen Möbeln der Serie Neapel. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Waschbeckenunterschrank-Test ist der WIDA XL Waschbeckenunterschrank. Dieser Waschbeckenunterschrank mit viel Stauraum ist eine großartige Ergänzung für Ihr Badezimmer und verleiht ihm ein ordentliches und auffälliges Aussehen. Die klaren Linien und das schlanke Design fügen sich perfekt in jedes Badezimmer ein, dieser Badschrank besteht aus Spanplatte und ist daher robust und stabil. Der Waschbeckenunterschrank verfügt über ein Fach und drei Schubladen und bietet so verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie zusätzlichen Platz für eine Vielzahl von Gegenständen in Ihrem Badezimmer. Die Oberseite des Schranks ist ideal zum Einbauen des Waschbeckens. Zusätzlich ist der Schrank einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen, bitte beachten, das Waschbecken ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.